Da läuft einer Ey, hier kann man was an Warte mal Zack Oh, was tut das? Ja f*** doch die Katze jetzt Ja, er hat eine Spinne am Arsch Warte, da misch ich mit Er hat mich glaube ich gesehen, oder? So, komm hier Zack Da ist er doch, rechts, rechts Na dann Ja, Devon Ranch hört sich gut an Auf zur nächsten Runde, wollte ich sagen Wir haben hier wieder Leder mit dabei Was das nun mal ist bei dir? Oh, das ist ein Spock Oh Ne, Devon Ranch Da schießt jemand Schleichen wir uns mal leise ran Ja, die sind nicht gerade ruhig, die Jungs Die geben Gas Die geben Gas Scheiß Holzbrett hier, ich sehe nichts Oh Oh Rechts Da hinten Die Markierung ist auch irgendwo im Arsch der Welt gelandet Mann Jetzt Also leise sind die nicht wirklich, muss ich sagen Links war auch der Boss ist hier Na guck jetzt Jetzt dachte ich schon, da war das bloß ein Zombie da dort Da läuft einer Oh Treffer Hat er? Was dran? Ne, nur getroffen Mist Komm, schieß Nein Okay Da ist jedenfalls auch hinüber Oh Mann Mann Schieße Ja Das ist schön, aber das war knapp, alter Was noch einer? Ne, ne, da ist tot Wunder nicht seit drei Nein Da liegt doch da Oh, wie da rausgestört Du bist die noch, äh, probier die noch schossen Ja, den hast du auch schossen, ja Wieder rausgestürmt kam, alter So, ja Mich auf Danke, danke, danke Oh Ähm, Fufi braucht dich Komm her Na Mann Jetzt Sehr schön Hehehe Hast drei eine Waffe habe ich Zwei Sogar Jetzt brauche ich bloß Schnell heilen Jetzt brauche ich bloß noch Munition Ja, ich glaube Wunder ist noch Wunder ist noch Wunder ist noch Wunder ist noch Wunder, wo wir schnell einfach auspisten Ja Dass ich ganz freu bin Ja, besser ist das Packs Hm Muss man looten Die Säcke Ja Ach ne, ich nehme doch lieber die Dolch So, jetzt Brauche ich irgendwo Munition Ja, bei mir Okay Sehr schön Keine Spezial Munition Was? Okay Ich kann keine Munition nehmen Und die Dolch braucht Spezial Munition So Was nun hier Ah, scheiße Jetzt bin ich noch bisschen Völlig Durch den Wind Ah Okay Ey, hier kam was an Scheiße Jäger Ja Armbrust oder so Mach hier mal Ah Okay Mach hier mal Ich höre noch nichts Hä? Von da hin? Nö Das war aber irgendwie von rechts hinten Das war aber irgendwie von rechts hinten So Ich bin jetzt vorn Läufst du? Ja Ja Jetzt für euch Schritte Sie kommen angerannt Alter Da wusste nicht was ihn getroffen hat Warte mal Zack Er will weg Zauber Oh, sehr schön Junge, Junge, Junge Looten Nö Nö Ne Ball dich lieber meins Ne Ich hab doch schon gute Waffen Ja, die hatten echt keine Chance gegen die Waffen Die wussten Wo es noch nicht liegt aus? Ja, 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 ja Ich glaub das waren die eigentlich Achso, okay Ich wollt Ich wollt Ich wollt drauf fragen, ob der auf dich erschossen hat Oh Oh, was tut das? Ja, fick doch die Katze jetzt Ja Wo sind die eigentlich? Ah, das waren bestimmt die, die dann von hinten Ja, ja Das waren die, die von rechts hinten da kamen und geschossen haben vorhin Dann schleichen wir uns mal ran Das ist unsere Spinne, Alter Oh So, schön leise Da läuft er rum Wieso ist der Hinweis noch da? Versteh ich nicht Oh, jetzt? Oh Er feuert irgendwas brennbares durch die Gegend Ja, aber Leise ist er auch nicht So, jetzt warte ich bis das aus ist Dann werfe ich meinen Eine Schrotpatrone rein Da oben läuft er, der Sportfreund Mann, mein Kick Oh Da ist er Aha Warte Da Er hat die Spinne am Arsch Warte, da misch ich mit Er hat mich, glaub ich, gesehen Oder Oder wurde er verkifftet? Ich weiß es nicht Fahm Ja Ja, ja Junge, das Ding Alter Schwede Da wächst kein Gras mehr Wo die hinfeuert Aber sein, äh Partner muss hier noch irgendwo sein Ich auch nicht Ich bauere Munitionskisten Okay Scheiße Ich hab sie sehen Ah ne Keine Munition verschwenden Ich guck mal Hier hab mein Bajonett Okay Ne Oh, ich hab ne Axt Ich hab ne Axt Ja cool Das machen wir auch zu Hm Hm So, Pret zu Kommt Jut Zack Zack Komm Noch ein Und Mann Ich verkiffte das dumme Vieh Hör mir an Oh, erstmal kurz Akklimatisieren Aber ich seh immer nicht so Das ist Scheiße, Mann Jetzt, jetzt Ah, hat mir wieder ein 25er Balken abgezogen Komm unten Scheiße Hm, warte Ich nehm meine Axt wieder Ja So, warte, ich komme Ich bin fast tot und die Scheiße bin ich schon wieder da Ja, ich komme Warte, komm her Ich geb ihr den Rest Mann Blödes Mann Jetzt So, jetzt Laber dich Jawohl, voll Ich glaube, hier kommt einer Ich hab was gehört Deiner Seite Ja, ja Da steppt was Eins Zwei Weil er kommt bei mir Entlang Okay Und er ist direkt vor dir Ja, jetzt, jetzt höre ich es deutlich Der macht keinen Hehl daraus, dass er hier ist Ich glaube, da will die Leichen plündern Die da unten noch liegen Ah, scheiße Hab ich den einen jetzt, weiß ich gar nicht mehr Den letzten hab ich den Ja Du hast eine Zahn Nach einer Dreiviertelstunde Ja 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 Wir haben Zeit Sollen sie mal reinkommen Warte, das ist ja vorne Ich geh grad mal die Treppen runter vorne Bleiben die wieder so weit umeinander Ja Da, die Tür geht auf, Alter Scheiße Rechts ist das Loch in der Rand Das kann ich dir wieder nicht aufnehmen Hm Schleicht einer hier draußen rum? Oder bist du das? Ne Ich muss aufpassen, wenn ich in dem Scheiß Loch dort Mann Jetzt muss ich mich bewegen, aber scheiße Aber Da Ja Ja Was dran Ja, den hat's erledigt Sein zartes Lockenköpfchen um die Ecke gestreckt Aber sein Partner muss noch hier irgendwo sein Der ist da bei E90 und ich ja E90? Echt? Was? Ich seh nichts Ja, dann Ach da, jetzt hör ich's Es wär ja zu geil, wenn Er ist draußen Ja Es wär zu geil, wenn er jetzt versuchen hat, den zu retzen Dann wäre der nächste auf der Liste Irgendwie wieder da war Oder soll ich ihn anfackeln? Dann muss er eigentlich Hm Auch nicht, dass er dann um die Ecke kommt Wenn ich gerade die Lampe schmeiße und mich abknallt Ich hätte da nämlich eine Laterne Die steht dort Hm Kommt nicht Achso, du warst das Ich dachte jetzt Was ist alles? Guck dir oben aus dem Fenster, Alter Na, jetzt hol ich mal die Lampe und Hau die mal raus So, komm hier Zack Du musst mal füllen Ja, ja, ja Ich hab den angefackelt Noch irgendwo eine? Zur Sicherheit Auch hier Darf ich zur Sicherheit nochmal eine raus Ja, bloß nur zwei Sekunden, sieh ich noch Ja, okay Und Schwung Ja, Junge Ja, Junge Der geht heute nicht mehr aus Noch irgendwo Ich nehme die Trophäe jetzt Wo ist der zweite? Warte, was? Der zweite Äh, warte Ich schmeiße erstmal die Lampe noch Da steht ja noch einer Ich guck gleich Warte, warte So Oh, da hinten Bei 120 irgendwo Das sich verschanzt Ich versuche mich mal von hinten ran zu schleichen Also ich Wo sitzt du denn? Äh, da Da, bei 120 Ja, 135 Da So, ich umgehe ihn mal geschickt Oh Gott Oh, da steht ja auch noch eine Lampe Ah, scheiß Köder, Alter Mann Mann, haltet die Fresse Er sitzt da immer noch in seiner Ecke Boah, wir haben geschossen Ja Er schießt zurück Okay Okay, ich Pusche ihn mal ein bisschen Er sitzt direkt da Ja, ja Und der weiß ja, dass ich komme Und der sieht mich ja Scheiße Da ist er, nein Oh, Alter, voll Headshot, Alter Da läuft er Nein, da läuft er doch rechts Hast du ihn nicht gesehen Da war jetzt er wieder zurück Fuck Nee, jetzt ist er wieder nach links gelaufen Da ist er doch, rechts Rechts Mann Dampfer oben Da schießt doch Fuck Nee, es war ein Sechsjäger Fuck Nee, ich will ja wissen, was das Punkt hier sagt Ja, oder so 1500 Schätze ich Wahnsinn Ohne Rollenzeit 1750 sogar Na ja Schade, aber Na ja trotzdem 1 Wolf des 5 5 6 6 culo